Rheinland-Pfalz a. in Land P. Pfalz es ist eine parlamentarische Republik und ein Teil souveräner Gliedstaat im Südwesten der Bundesrepublik. Deutschland Geografie Rheinland-Pfalz umfasst im Norden vom Rheinischen Schiefergebirge den südlichen Teil der Eifel, den Hunsrück, den westlichen Westerwald, das südwestliche Siegerland und den nordwestlichen Teil des Taunus sowie im südlichen Bereich das Mainzer Becken, das rhein-hessische Hügelland, das nordpfälzer Bergland, die westpfälzische Moorniederung, die westricher Hochfläche, den Pfälzerwald und einen Teil der oberrheinischen Tiefebene. Es grenzt im Norden an Nordrhein-Westfalen, im Osten an Hessen und Baden-Württemberg, im Süden an die französische Region Elsass sowie als Teil der Großregion im Süden an Lothringen und das Saarland und im Westen an Luxemburg sowie an die Provinz Lüttich der belgischen Region Wallonien. Rheinland-Pfalz ist das Bundesland mit der größten linksrheinischen Fläche. Rheinland-Pfalz gehört zu den waldreichsten Ländern in Deutschland, da die Wälder hier rund 42% der Landesfläche bedecken. Durch Rheinland-Pfalz fließen die Bundeswasserstraßen Rhein, Mosel, Saar und Lahn. Weitere bedeutende Fließgewässer sind Nall, Sauer, Ouer, Glan und Sieg als Gewässer I. Ordnung. Wegen ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung sind weitere Wasserläufe als Gewässer II. Ordnung verzeichnet. Es sind dies Waldlauter, Wieslauter, Wiesbach, Otterbach, Erlenbach, Michaelsbach, Frimm, Hanenbach, Simmerbach, Guldenbach, Ehlerbach, A. Irsen, Geybach, Prüm, Enns, Nims, Leugbach, Schwarzbach, Rodalbe, Weilhalbe, Hornbach, Felsalbe, Ruwer, Riveres, Kühl, Osbach, Salm, Keilbach, Drohn, Kleine Drohn, Lieser, Kleine Kühl, Alf, Oesbach, Flaumbach, Elzbach, Wied, Selz, Nister und A. Die restlichen fließenden Gewässer in Rheinland-Pfalz gehören der drei. Ordnung an. Der größte See ist der Lachersee, der Kratersee eines schlafenden Vulkans. Weitere größere Seen in der Eifel, die als Mare aus Vulkanen entstanden sind. Meerfelder Mar, Gemündner Mar, Weinfelder Mar, Schalkenmeerenar und Pulvermar. Siehe auch, Hauptartikel, Geologie aktiver Vulkanismus ist zwar nicht bekannt, dennoch findet sich in einigen Gebieten vulkanisches Gestein aus früherer Aktivität, insbesondere in der Vulkaneifel aber auch am Pechsteinkopf in der Hart. Der Lachersee, der größte See in Rheinland-Pfalz, ist der Kratersee eines alten Vulkans, bei dem sich die Experten bis heute streiten, ob er wirklich ganz erloschen ist. In der Vulkaneifel finden sich weitere Mare sowie Kohlenstoffdioxidquellen, die mit dem Geise an danach den höchsten Kaltwassergeisier der Welt ermöglichen. Unter dem Dach des anerkannten nationalen Geoparks Vulkanland-Eifel erläutern drei eingerichtete Geoparks die Geologie der Region und die vulkanischen Aktivitäten der Vergangenheit der Öffentlichkeit. Erdbeben mit schweren Folgen kommen praktisch nicht vor, doch werden der Rheingraben und das Neuwiederbecken als mäßig gefährdete Erdbebenzone eingestuft. Das Land Rheinland-Pfalz gliedert sich in die folgenden Regionen. Im Norden der Westerwald und der südwestliche Teil des Siegerlandes im Westen die Eifel, in der Mitte der Hunsrück, Mosel, Saar, welche Eifel und Hunsrück voneinander trennt, im Osten der Taunus und Rheinhessen sowie im Süden die Pfalz. Dabei bilden die Gebiete Neuwiederbecken, Rhein-Main-Gebiet und Rhein-Neckar-Dreieck besondere Ballungsgebiete, die beiden letzten mit Verbindung zu den benachbarten Bundesländern. Kommens, siehe auch, Geschichte, Hauptartikel, das Land Rheinland-Pfalz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 30. August 1946 gegründet. Hervorgegangen ist es hauptsächlich aus dem südlichen Teil der preußischen Rhein-Provinz aus Rheinhessen, aus dem westlichen Teil von Nassau und aus der historischen Rhein-Pfalz ohne den Saar-Pfalz-Kreis. Das gemeinschaftliche deutsch-luxemburgische Hoheitsgebiet ist das einzige gemeindefreie Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz. Dieses Kondominium wird gebildet aus den Flüssen Musel, Sauer und Hur, wo diese an der Grenze zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland verlaufen. Das heutige Rheinland-Pfalz war nach dem Zweiten Weltkrieg Teil der französischen Besatzungszone und entstand aus der ehemals bayerischen Pfalz, aus den Regierungsbezirken Koblenz und Trieh der ehemaligen preußischen Rhein-Provinz, aus den linksrheinischen Teilen der ehemals zum Volksstaat Hessen gehörigen Provinz Rheinhessen, aus Teilen der preußischen Provinz Hessen-Nassau und aus dem ehemals oldenburgischen Gebiet um Birkenfeld. Am 10. Juli 1945 ging die Besatzungshoheit im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz von den Amerikanern auf die Franzosen über. Diese gliederten das Gebiet zunächst provisorisch in zwei Oberpräsidien Rheinland-Hessen-Nassau und Hessen-Pfalz. Die Errichtung des Landes wurde am 30. August 1946 als letztes Land in den westlichen Besatzungszonen durch die Verordnung Nummer 57 der französischen Militärregierung unter General Marie-Pierre König angeordnet. Es wurde zunächst als rheinpfälzisches Land bzw. als Land Rhein-Pfalz bezeichnet. Der Name Rheinland-Pfalz wurde erst mit der Verfassung vom 18. Mai 1947 festgelegt. Die damalige französische Regierung wollte sich ursprünglich die Möglichkeit offen lassen, nach der Umwandlung des Saarlandes in ein Protektorat noch weitere linksrheinische Gebiete zu annektieren. Als Amerikaner und Briten jedoch mit der Bildung deutscher Länder vorangegangen waren, gerieten die Franzosen zunehmend unter Druck und folgten schließlich mit den Ländern Baden, Württemberg, Hohensolland und Rheinland-Pfalz. Deren Beispiel, eine Anbindung des Saarlandes an Rheinland-Pfalz untersagte die französische Militärregierung jedoch. Mainz wurde in der Verordnung als Hauptstadt bestimmt und die gemischte Kommission, Als oberstes Staatsorgan beauftragt mit der Landesverwaltung und der Vorbereitung einer bärartenden Landesversammlung nahm dort ihre Arbeit auf. Wegen der Kriegsschäden und Zerstörungen verfügte Mainz nicht über ausreichend Verwaltungsgebäude, daher wurden der Sitz von Landesregierung und Landtag provisorisch in Koblenz eingerichtet. Am 22. November 1946 fand dort die konstituierende Sitzung der bärartenden Landesversammlung statt, in der ein Verfassungsentwurf erarbeitet wurde. Zuvor hatte es Kommunalwahlen gegeben. Wilhelm Boden wurde am 2. Dezember von der französischen Militärregierung zum provisorischen Ministerpräsidenten des neu gebildeten Landes ernannt. Adolf Sisterhen legte der bärartenden Landesversammlung einen Verfassungsentwurf vor, der nach mehreren Verhandlungen am 25. April 1947 in namentlicher Schlussabstimmung mit der absoluten Mehrheit der CDU und gegen die Stimmen von SPD und KPD verabschiedet wurde. Dazu war es unter anderem deshalb gekommen, weil der Verfassungsentwurf deutlich an Staatstheorien des politischen Katholizismus angelehnt war und unter anderem nach Konfessionen getrennte. Schulen vorsah. Am 18. Mai 1947 wurde die Verfassung für Rheinland-Pfalz in einer Volksabstimmung durch 53% der Wahlberechtigten angenommen. Während der katholischen Norden und Westen des neuen Landes die Verfassung mehrheitlich annahm, wurde sie in Rheinhessen und der Pfalz von der Mehrheit abgelehnt. Am gleichen Termin fand auch die erste Wahl zum Rheinland-Pfälzischen Landtag statt. Die konstituierende Sitzung erfolgte am 4. Juni 1947 im großen Rathaussaal von Koblenz. Wilhelm Boden wurde hier zum ersten Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Schon einen Monat später folgte ihm Peter Altmaier in diesem Amt. Die Verfassungsorgane richteten ihren provisorischen Sitz in Koblenz ein. In der Folgezeit begann ein Tauzieren zwischen Koblenz und Mainz, die beide ihre Eignung als Landeshauptstadt in der öffentlichen Diskussion hervorhoben. Ministerpräsident Altmaier setzte sich von Anfang an für Mainz als Hauptstadt ein, weil er sich im Klaren war, dass der Süden des Landes, vor allem die Pfalz, das weit im Norden gelegene und vormals preußische Koblenz nicht als Landesmetropole akzeptieren würde. Der Rheinland-Pfälzische Landtag beschloss daher am 16. Mai 1950 die Verlegung des Landtages und der Landesregierung von Koblenz nach Mainz. In Koblenz verblieben nach Umzug der Landesregierung und des Landtages an Mainz viele Landesbehörden und Gerichte, so beispielsweise der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz und die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz. Außerdem wurden ein 1952 DK-Sekunden-Bundesarchiv und die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz angesiedelt. Ein Gemeinschaftsgefühl entwickelte sich nur sehr zögerlich im Land aus der Retorte, das weitgehend ohne Rücksicht auf historisch gewachsene Zugehörigkeiten der Einwohner entstanden war. Ihm wurden wenige Überlebenschancen eingeräumt, zumal es kaum größere industrielle Zentren gab. Einen gewissen Wirtschaftsaufschwung zog die Ansiedlung zahlreicher Militärstützpunkte, sowohl der Alliierten als auch der Bundeswehr, nach sich. 1956 fanden aufgrund von Artikel 29 GG in den damaligen Regierungsbezirken Koblenz, Trier, Montabaur, Rhein-Hessen und Pfalz Volksbegehren statt, bei denen es um die Angliederung der betreffenden Regionen an Nordrhein-Westfalen, Hessen bzw. Bayern und Baden-Württemberg ging. Alle Volksbegehren außer denen im Regierungsbezirk Pfalz erhielten die erforderliche Mehrheit, doch bis zur endgültigen Durchführung der dadurch notwendigen Volksentscheide zogen fast 20 Jahre ins Land. Bei der Abstimmung vom 19. Januar 1975 wurde in keiner der betroffenen Regionen eine Mehrheit für eine Umgliederung erreicht. Damit wurde der Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Diskussion gezogen. Lediglich der AKK-Konflikt beschäftigt die Politik bis heute. Kulturdenkmäler Das junge Rheinland-Pfalz ist mit seiner über 2000 Jahre alten Vorgeschichte reich an kulturellen Schätzen. Zahlreiche Städte im Land gehen auf eine römische Gründung zurück. So hinterließen die Römer einige bedeutende Bauten und eine Vielzahl archäologisch nachgewiesener Relikte. Im Mittelalter waren es deutsche Könige und Kaiser, Erzbischöfe und Kurfürsten sowie zahlreiche andere auf dem Gebiet des heutigen Landes herrschende Reichsstände, die eine Vielzahl von historisch bedeutenden Bauwerken hinterließen. Auch Besatzungsmächte wie Schweden und Frankreich und nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reichs die Staaten Preußen, Hessen, Bayern sowie kleinere Territorien hinterließen ihre Spuren. Der Golo-Ring bei Wolken ist ein vorgeschichtliches Erdwerk und ein getragenes Bodendenkmal. Der Seifelstonhänge gilt als eine der bedeutendsten Anlagen in Rheinland-Pfalz. Auch auf dem Donnersberg existiert noch ein keltischer Ringwall, der teilweise restauriert wurde. Zahlreiche Bauwerke zeugen noch heute von der kulturellen Pracht aus römischer Zeit. Insbesondere in den alten römischen Provinzhauptstädten Trier und Mainz ist eine Vielzahl römischer Bauwerke erhalten geblieben. In Trier sind dies die Porta Nigra, das Amphitheater, die Kaiserthermen, die Konstantin-Basilika sowie als älteste erhaltene Brücke in Deutschland die Römerbrücke. Am Rhein kann Mainz noch ein römisches Theater, Teile eines römischen Aquädukts, Reste der römischen Stadtbefestigung, die Reste eines Heiligtum der Isis und Matria Magna sowie mehrere römische Denkmäler. Im Rhein geborgene Römer Schiffe und eine Vielzahl anderer Funde vorweisen. Daneben finden sich in zahlreichen weiteren Städten über Reste römischer Baukunst, die meistenteils mit der Zeit verfallen oder überbaut worden sind. Dazu zählen beispielsweise die Egeller Säule, ein oberirdisch erhaltenes römisches Grabmal sowie der Lymes. Nach der Christianisierung am Ende der römischen Zeit und während der Frankenherrschaft entwickelten sich im Land die Territorialherrschaften der Erzbischöfe und späteren Kurfürsten von Kur Trier, Kur Mainz und Kur Köln neben der weltlichen Herrschaft der Kurpfalz. Das gesamte Mittelalter war vom Bau großzügig angelegter Kirchenbauten gekennzeichnet. In Trier entstand mit dem Bau des Trierer Dums die älteste Bischofskirche Deutschlands. Anderenorts errichteten die römisch-deutschen Kaiser oder die Erzbischöfe prächtige Kirchen des hohen Mittelalters. Die drei Kaiserdome zu Mainz, Speyer und Worms sind epochale Werke der Architekturgeschichte. Auch die romanischen Bauten der Abtei Maria Lach und der Basilika Sankt Kastor in Koblenz sind herausragende Bauten ihrer Zeit. Die Liebfrauenkirche in Trier ist einer der ersten gotischen Bauten auf deutschem Boden. Auch die Oppenheimer Katharinekirche zählt zu den bedeutenden gotischen Sakralbauten im heutigen Rheinland-Pfalz. Einmalig in Deutschland ist die in den Jahren 1482 bis 1484 in Idar-Oberstein erbaute Felsenkirche. Daneben befinden sich in Rheinland-Pfalz mittelalterliche Profanbauwerke. In Wingen überquert mit der Drususbrücke die älteste Steinbrücke des Mittelalters in Deutschland die Nahe, und in Koblenz ist die Balduinbrücke über die Musel erhalten. Auch aus dem Barock gibt es in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Sakral- und Professoranbauten. Die damaligen Metropolen Mainz und Trier verfügen heute noch über einen Bestand barocker Bauten. Gerade Mainz hatte bis zum Zweiten Weltkrieg den Ruf einer Barockstadt. Die Westgruppe des Mainzer Domes war von Franz Ignatz Michael Neumann barock überbaut neben der Augustiner Kirche. Der Peterskirche und der Ignatzkirche gibt erst in Mainz mehrere barocke Ordensniederlassungen. Professor an Bauten und Adelshöfe, viele andere zu ihrer Zeit als herausragend bekannte Bauten wie die Jesuitenkirche, die Domdechenei und das Schloss Fejwarit sind untergegangen. In Trier stammt die Innenausstattung von St. Paulin von Balthasar Neumann, Kurfürstliches Palais Schloss Monese und das Quinter-Schloss sind Beispiele für barocke Professoranbauten in Trier. Auch in den Bischofssitzen Speyer und Worms und in Koblenz als Residenz der Trierer Erzbischöfe sowie in zahlreichen anderen Orten haben sich Barockbauten erhalten. In der Zeit der Romantik wurden insbesondere im Mittelrhein teilhistorisierende Gebäude in mittelalterlichen Formen errichtet. Bei Bingen steht der Binger Mäuseturm. Ein ehemaliger Wehr- und Wachtturm in Renz erinnert der Königsstuhl an die an dieser Stelle häufig durchgeführten Verhandlungen der Kurfürsten zu, den Wahlen der römisch-deutschen Könige. In Trier wurde 1818 Karl Marx geboren. Ein Museum, das Karl-Marx-Haus berichtet über sein Leben und sein Werk. Ab dem 19. Jahrhundert gehörte das Rheinland zu Preußen. Nach dem Tode Kaiser Wilhelms I. errichtete die preußische Provinzialverwaltung in Koblenz das monumentale Reiterdenkmal am Deutschen Eck, direkt an der Mündung der Mosel in den Rhein gelegen. Porta Nigra, Speyerer Dom, Wormser Dom, Mainzer Dom, Abtei Maria Lach, Deutsches Eck. Wegen der großen Anzahl wird hier nur auf eine Auswahl von wichtigen Burgen, Schlössern und Festungen in Rheinland-Pfalz eingegangen. Weitere sind in der Liste der Burgen, Festungen und Schlösser in Rheinland-Pfalz zu finden. Die heutigen Bestandteile des Landes Rheinland-Pfalz hatten vormals über tausend Jahre lang einer Vielzahl von weltlichen und geistlichen Landesherren gehört. B. Den einflussreichen Kurfürsten von der Pfalz, von Mainz, von Köln und von Trier oder auch Ritern, denen eine geringere Bedeutung zukam und deren, anfangs nicht erblicher, Stand sich aus dem Lehnswesen entwickelte. B. Heiraten und Erbteilungen hatten zu immer weiteren Umschichtungen und Zersplitterungen beigetragen, sodass ein wahrhafter Pflegenteppich von Herrschaftsbereichen entstanden war. B. Jeder Landesherr, der etwas auf sich hielt, also auch der Kleinste, war bestrebt, zumindest mit einem Bauwerk auf seine Bedeutung hinzuweisen, sei es mit einer Burg, einer Festung oder einem Schloss. B. So sind vor allem die Ränder der Mittelgebirge und der Flusstäler von Burgen oder Festungen gesäumt. B. Das Massiv des Donnersberges im Nordpfälzer Bergland war gar von fünf Burgen umringt und in den größeren Städten wie Mainz, Koblenz und Trier fallen besonders die prunkvollen Schlösser und Paläste auf. B. Zwar hatten die großen Kriege immer wieder Zerstörungen angerichtet, doch aus den Trümmern geschleifter Burgen oder niedergebrannter Schlösser waren häufig Nachfolgebauten erstanden, welche die untergegangenen Anpracht noch übertrafen. B. Und auch die Schäden, die vor allem in Städten durch die Beschießungen und Bombardements der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts verursacht wurden, sind mittlerweile weitgehend beseitigt. B. Das Mittelrheintal ist seit 200 Jahren Anziehungspunkt für Touristen und heute Heimat von rund 450.000 Menschen. B. Die Landschaft weist einen außergewöhnlichen Reichtum an kulturellen Zeugnissen auf. Seine besondere Erscheinung verdankt das Mittelrheintal einerseits der natürlichen Ausformung der Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch den Menschen. Im Herzen Europas gelegen Malgrenze, Malbrücke der Kulturen spiegelt das Tal die Geschichte des Abendlandes exemplarisch wieder. Mit seinen hochrangigen Baudenkmälern, den Rebenbesetzten hängen, seinen auf schmalen Uferleisten zusammengedrängten Siedlungen und den auf Felsvorsprüngen aufgereihten Höhenburgen gilt es als Inbegriff der romantischen Rheinlandschaft. Nicht zuletzt inspirierte es Heinrich Heine zur Dichtung seines Loreley-Lieds. Die herausragendsten Burgen sind die Marxburg als einzig unzerstörte Burg im Mittelrheintal, die Burg Pfalz-Grafenstein. Sie liegt auf einer Felsinsel inmitten des Rheins sowie Burg Rheinfels, die im Laufe der Zeit zu einer Festung ausgebaut wurde. Das Schloss Stolzenfeld steht wie kein anderes Schloss als Synonym für die Rheinromantik, die sich nicht nur auf die Rezeption vorhandener Bauten beschränkte, sondern auch zu Restaurationen und Neubauten anregte. In Koblenz war das kurfürstliche Schloss die letzte Residenz des Kurfürsten von Trier, bis französische Revolutionstruppen den Kurstaat zerschlugen. Die mächtigste Festung in Rheinland-Pfalz, die Festung Koblenz, wurde im 19. Jahrhundert von den Preußen erbaut. Als Teil des Befestigungssystems thront bis heute die Festung Ehrenbreitstein über dem Rheintal, Marxburg, Burg Pfalz-Grafenstein, Schloss Stolzenfelds, Festung Ehrenbreitstein. Auch das Flussstahl der Mosel ist gespickt mit Höhenburgen. Zu nennen sind hier besonders die Reichsburg-Kochim sowie die Burg Turan mit ihren beiden Bergfrieden. Mit Hilfe der Festung Mont-Royal wollte Frankreich seine Interessen in der Region sichern. Aber bereits im Jahr ihrer Fertigstellung wurde sie wieder abgerissen. Verlässt man das Tal Richtung Norden in die Eifel, so gelangt man zur Burg Helds bei Münster-Meyfeld. Die Burg in einem kleinen Flussstahl gelegen gilt vielen als die schönste Burg Deutschlands. Einst zierte sie den 500 DM-Schein der dritten Serie der Deutschen Mark. Ähnlich wie Schloss Börishheim und Burg Lissingen zählt sie zu den ganz wenigen Burgen, die nie zerstört worden sind. In Main mit seiner noch vorhandenen mittelalterlichen Stadtbefestigung erhebt sich die Genoveverburg und unweit der Stadt liegt mit dem Schloss Börishheim ein niemals erobertes oder verwüstetes Juwel. Weitere bedeutsame Burgen in der Eifel waren die Neuer Burg, die Burg Schönecken und die beiden Manderscheider Burgen. Reichsburg-Kochem, Burg Elz, Genoveverburg, Schloss Börishheim, Manderscheider Burgen, Burg Lissingen. Auf den Höhen des Hunsrück sind zahlreiche Burgen zumeist als Ruin zu finden. Einige Burgen sind teilweise wieder aufgebaut und somit Besuchern zugänglich geworden. Nennenswert sind die Burg Kastelauen, die Burg Balduinsek, die Schmidtburg, die Burg Waldeck, die Ehrenburg und die Burg Baldenau. Eine der wenigen Wasserburgen im Hunsrück. Bedeutende Schlösser sind das bewohnte Schloss Gemünden sowie das Schloss Silmern. Relativ wenig Überreste sind von den älteren Burgen zu finden, die zum Teil aus keltischem Ursprung stammen. Die Altburg bei Bundenbach, die Alte Burg im Sohnwald, die Burg Koppenstein, die Wildenburg und der Ringkopf, Burg Kastelauen, Schloss Gemünden, Schmidtburg, Burg Baldenau. Im 17. Jahrhundert wurde Main stark befestigt. Die dazu gehörende Mainzer Zitadelle, der wichtigste Überrest der Festungszeit, gilt als bedeutendstes historisches Bauwerk der Stadt neben dem Mainzer Dom. Die Kurfürsten von Mainz residierten im kurfürstlichen Schloss zu Mainz. Die Engelheimer Kaiserpfalz aus dem 8. Jahrhundert war Aufenthaltsort und Regierungssitz fränkischer Kaiser und Könige. Das Alzeier-Schloss ist aus einer 1118 fertiggestellten staufischen Reichsburg hervorgegangen und wurde im 16. Jahrhundert zum Schloss ausgebaut. Mainzer Zitadelle, kurfürstliches Schloss Mainz, Alzeier-Schloss, gegen 2000 Jahre älter als die viel berühmteren Burgen der Pfalz sind eindrucksvolle keltische Befestigungen. B. Auf dem Donnersberg der Keltenwall oder auf der Hart die Heidenmauer eine 26 Hektar große Siedlung. Im Mittelalter mit der Zunahme des Einflusses des Fürstengeschlechts der Salja, entstand dann auf dem Gebiet der heutigen Pfalz eines der Machtzentren auf deutschem Boden, was sich auch in der Kurwürde manifestierte. Eine der bedeutendsten Burgen war die Reichsburg Treifels. Hier wurden einst die Reichskleinodien verwahrt, und der englische König Richard Löwenherz war der wohl berühmteste Gefangene. Geschichte geschrieben haben jedoch auch die Burgen der Leininger Grafen entlang der Nordhälfte der deutschen Weinstraße, wie Z. B. Die Burg Norleiningen mit dem umliegenden mittelalterlichen Ort oder der heute noch bewohnte Bärwartstein des angeblichen Raubritters Hans Trapp. Und auf seiner belagerten Burg Nahnstein starb 1523 der letzte Ritter Franz von Seekingen an einer schweren Verwundung. In der späteren Geschichte war das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße Schauplatz des Hambacher Festes und gilt seither als Symbol der Deutschen Demokratiebewegung. Reichsburg Treifels, Burg Landeck, Hambacher Schloss, Schloss Bergzabern, Burg Norleiningen, Nordseite, Wachtenburg. Bislang wurden vier rheinland-pfälzische Sehenswürdigkeiten bzw. Assabels in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen. 1981, der Speyerer Dom, 1986, die römischen Baudenkmäler sowie der Dom und die Liebfrauenkirche in Trier. 2002, die Kulturlandschaft oberes Mittelrental zwischen Bingen und Koblenz. 2005, der 550 Kilometer lange obergermanisch-rätische Limes zwischen Rheinbrohl und Eining. Rheinland-Pfalz hat im Sommer 2012 bei der Konferenz der Kultusminister für drei weitere Kulturerbe die Aufnahme in die deutsche Vorschlagsliste beantragt. Die drei rheinischen Kaiserdome von Mainz, Speyer und Worms Der bestehende Welterbestatus für den Speyerer Dom soll auf das Gesamtensemble der drei Dome ausgeweitet werden. In seiner Stellungnahme für das Welterbeanerkennungsverfahren für den Speyerer Dom Die drei Dome als Hauptwerke der romanischen Baukunst in Deutschland Bezeichnet, das Erbe der Schummstätte der drei rheinischen jüdischen Zentren Speyre, Wameysa und Magentscha, die seiner Hütte in Benndorf.